Die WLAN-fähige 360-Grad-Kamera bietet Ihnen lückenlose Sicht auf einen großen Raum. Im Lieferumfang befindet sich die passende Software. Über den Punkt Add Device können Sie das Gerät dann hinzufügen. Die Standardansicht zeigt die 360-Grad-Panorama-Ansicht. Hier wird ein mittelgroßer Unternehmensraum überwacht. Dieses Kamerabild lässt sich auf viele verschiedene Arten aufteilen, so dass man sich im Grunde virtuelle, herkömmliche Überwachungskameras schaffen kann. Und diese können auch ganz einfach per Mauszeiger bewegt werden, so dass man schwenken und neigen kann. Man kann auch in die 360-Grad-Übersicht hineinklicken und so die virtuellen Kameras ausrichten, wie hier zu sehen, und kann die einzelne Perspektive verschieben, so wie es einem passt. Damit ist es optimal möglich, wenn man sich diesen Raum mal ansieht. Und alle der 10-12 Tische, die dort stehen, zu überwachen. Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielseitig und durch diese lückenlose Überwachung entgeht einem niemand, der den Raum betritt. Wir sehen jetzt, wie eine Person einmal durch die 360-Grad-Ansicht läuft und einmal durch das aufgeteilte Videobild. Wir sehen jetzt, wie eine Person einmal durch die 360-Grad-Ansicht läuft. Erwerben Sie das Produkt auf www.alarm.de Erwerben Sie das Produkt auf den Dutzig und der schießt? Sonst für die 100-Grad-Ansicht läuft. Wir sehen jetzt, wie eine Person einmal durch den Dutzig und der Hachstund have. Wir sehen jetzt, wie eine Person flößert. Dutzig und nicht, wie eine Person. Wir sehen jetzt los, was die Geräte, die in der Hachstund erwerb, wir sehen, wie eine Person, ein bisschen wie eine Person, die hier in die Maschine. Wir sehen uns zum Beispiel, wie eine Person, die eine Person. Die Person, die Hachstund, die in die Person. Vielen Dank.